Dass wir viel Freude an der Arbeit haben. Wenn wir für jemanden drei Jahre nicht stellen können, und dass ihm das Leben dann erleichtert, dann sind wir zufrieden. Es gab im Hauptkanal Tricycle für Kinder und seitdem gibt es welche, die für Kinder sind, die Kinder auch fahren können, die in Übersetzung machen, die machbar sind. Und wo man vorne zwei Schrauben abnehmen kann und dann sitzt das Kind in so einem Rollstuhl und vorne der Reifen ist weg. Und dann kann es, wie alle anderen Kinder, in der Straße, in einem anderen Tisch, das ist natürlich entscheidend. Habt ihr den Film über diese Bombe? Nee, es gibt...